Information zu ICE 988, Hamburg-Altona, Abfahrt 5.06 Uhr, Wagen 1. Klasse, heute im Abschnitt C, ist der Zug verkehrt ohne Reservierungsanzeige. Formation on ICE 988, Hamburg-Altona, Departure 506, First Class Coaches in Plattform Section C, this train is running without seats reservation. Information zum ICE 618 nach Dortmund über Lümburg-Süd und Montabaur, die Abfahrt 5.44 Uhr, heute Gleis 8. Ich wiederhole, Information zum ICE 618 nach Dortmund über Lümburg-Süd und Montabaur, die Abfahrt 5.44 Uhr, heute Gleis 8. Information zum ICE 618 nach Dortmund, bei Lümburg-Süd und Montabaur, die Abfahrt 5.44 Uhr, heute Gleis 8. Ich wiederhole, RB 58 nach Laufach über Hanau, Abfahrt 6 Uhr, heute Gleis 8. Information zum ICE 618 nach Laufach über Lümburg-Süd und Montabaur, die Abfahrt 5.44 Uhr, heute Gleis 8. Ich wiederhole, Vorzeichen zur RB 58 nach Laufach über Freievert-Ost und Maintal-Ost, Abfahrt 6 Uhr, heute Gleis 8. Information zum ICE 21 nach Wien über Würzburg und Nürnberg, Abfahrt 6 Uhr 2, heute Gleis 6. Ich wiederhole, Information zum ICE 21 nach Wien über Würzburg und Nürnberg, Abfahrt 6 Uhr 2, heute Gleis 6. Information zum ICE 221 auf Wien über Würzburg und Nürnberg, Abfahrt 6 Uhr 3, heute Gleis 6 Uhr 2, Abfahrt 629, auf Plattform 19, ICE 18 zu Brussels, via Frankfurt Airport in Cologne Main Station, Departure 629. Information zu ICE 694, nach Berlin-Gesundenbrunnen, Abfahrt 8.14 Uhr, heute als Ersatzzug. Grund dafür ist die technische Störung am Zug. Information on ICE 694, to Berlin-Gesundenbrunnen, Weierfulda, Erfurt, Departure 8.14, today as a replacement train, due to technical damage to the train. Gleis 8, Information zu ICE 374, nach Berlin-Ostbahnhof, über Hanau und Fulda, Abfahrt 9.14 Uhr, heute in umgekehrter Wagen, Reihung, Wagen 1. Klasse, in den Abschnitten E und F. Information on ICE 374, to Berlin-E Station, via Hanau-Fulda, Departure 9.14, as in reverse order, First Class Coaches in Plattform Sections E und F, today. Information zu ICE 625, nach Nürnberg, über Würzburg, Abfahrt 12.54 Uhr, heute etwa 40 Minuten später. Ich wiederhole, ICE 625, nach Nürnberg, über Würzburg, Abfahrt 12.54 Uhr, heute etwa 40 Minuten später. Grund dafür sind polizeiliche Ermittlungen. Information on ICE 625, to Nürnberg, via Würzburg, Departure 12.54, is delayed by about 40 minutes.